Ich begrüße euch zu meinem 28. Themenvideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema Religion. In Deutschland herrscht Religionsfreiheit. Wie weit aber kann Religionsfreiheit gehen? Wenn in einer Religionsgemeinschaft üblich wäre, dass regelmäßige Kinderopfer zu bringen sind, dürfte unsere grundsätzlich zugesichtete Religionsfreiheit mit Sicherheit an eine Grenze stoßen. Verpönt und durch den Tierschutz verboten sind ja mittlerweile auch die in der Frühzeit üblichen Tieropfer. Wenn in einem Land wie Deutschland die Religionsfreiheit auch hoch gehalten wird, muss nicht jede religiöse Gruppierung als Teil von Deutschland anerkannt werden. Es gibt Buddhisten und Hinduisten in Deutschland. Ich kann mich aber an keine Diskussion erinnern, dass es jemals zur Sprache kam, ob der Buddhismus oder der Hinduismus zu Deutschland gehört oder nicht. Leider provoziert der Islam, oder zumindest seine Anhänger, solche Diskussionen, die eigentlich in keinen politischen Diskurs gehören. Der Buddhismus und Hinduismus erheben erst gar nicht solche Forderungen. In einem christlich orientierten Land kann nur das Christentum zu Deutschland gehören. Als Ursprung des Christentums hätte das Judentum Anrecht darauf, als Teil des Landes anerkannt zu werden. Ein Anspruch dazu, anders als beim Islam, wird aber nicht erhoben. Darüber sollte sich jeder, der meint, der Islam gehöre zu Deutschland, mal Gedanken machen. Eine Religion als Teil des Landes anzuerkennen, die unsere Kultur nicht geprägt hat, ist selbst vergessen und falsch. Wir sollten uns niemals selber in unseren Rechten beschneiden aus falscher Rücksicht. In Deutschland ist das meistgegessene Fleisch vom Schwein. Sowohl im Judentum als auch im Christentum wird der Verzehr von Schweinefleisch abgelehnt. Wieso sollte in Kantinen, Kindergärten und Schulküchen kein Schweinefleisch mehr serviert werden? Nur weil Angehörige aus Religionen, die es nicht mögen, dieses ablehnen. Wer es nicht mag, braucht es doch nicht zu essen. Es gibt auch Christen, die Schweinefleisch ablehnen. Zum Beispiel die Gläubigen der Adventisten. Es ist aber nur der Islam, der uns den Genuss des Schweinefleisches untersagen will. Unsere Gastfreundschaft kann nur so weit gehen, wie unsere Gäste auch gastfähig sind. In meinem Haus lade ich auch niemanden ein, wer sich nicht an meine Regeln hält. Und noch weniger jene, die mir in meinem Haus vorschreiben wollen, wie ich zu leben habe. Gastfähigkeit bedeutet, sich anpassen zu können. Wer das nicht tut, ist nicht gerne gesehen. Ein Video zum Thema Migration findest du oben unter dem i. Wer das Weihnachtsfest oder die Ostermesse nicht feiern möchte, egal ob er einer anderen Religion angehört oder vorgibt, an nichts zu glauben, braucht sich nicht beleidigt fühlen, weil die einheimische Bevölkerung dieses tut. So wenig wie wir in Fastenzeiten einiger religiöser Gruppierungen nicht vorschreiben, dass gegessen werden muss, so wenig sollte jemand Anstoß an unseren traditionellen und Kulturen Bräuchen nehmen. Wir müssen nicht mitfasten, wenn es andere für nötig erachten, uns aber auch nicht ändern und auf irgendwas verzichten. Im Grunde sollte jeder selber wählen können, welcher Religionsgemeinschaft sich jemand zugehörig fühlen will. Auch die Ausübung seiner Religion, solange sie niemand anderen in seiner Religionsfreiheit einschränkt, ist jedem freigestellt. Genau wie jeder für sich entscheiden muss, ob er sich selbst überhaupt für gläubig hält oder atheistisch jeden Glauben ablehnen will. Wir sollten bei folgendem im Hinterkopf behalten, dass der angebetete Gott bei den Christen, den Juden und den Muslimen derselbe ist. Ob er nun Elohim, Adonai, Yahweh, Herr oder Allah genannt wird, spielt dabei erstmal keine Rolle. Grundsätzlich halte ich Religion für eine gute Sache. Gerade in der Kindererziehung führt der religiöse Glaube an eine Gottheit dazu, dass Kinder Vertrauen fassen können und auch unerklärbare Fragen als beantwortet hinnehmen können. Kinder haben viele Fragen, können aber viele Antworten einfach nicht verstehen. Da setzt der religiöse Glaube an, um bis zum Verstehen eine Antwort zu bieten. Religion bietet eine Basis, wie eine kulturelle und gesellschaftliche Moral organisiert sein kann. In Deutschland sind die kulturellen Werte und das gesellschaftliche Lebensmodell auf das Christentum ausgelegt. Das Christentum hat sich jedoch weiterentwickelt, sodass es Einzug gewonnen hat, dass viele, selbst gläubige Christen sich von den Lehren entfernt haben. Neben vielen Fehlinterpretationen der Bibel, die einige christliche Glaubensgemeinschaften pflegen, wird aber auch außer Acht gelassen, dass es Inhalte gibt, die von den Christen bei anderen Religionen verurteilt werden, jedoch auch Inhalt der christlichen Lehre sind. Zum Beispiel sind die Ernährungsvorschriften, welche im Alten Testament festgeschrieben sind, weiter gültig, auch wenn sie lediglich von Muslimen und Juden eingehalten werden. Können wir es akzeptieren, dass aus religiösen Gründen jemand eine Speise nicht zu sich nehmen will? Ich meine ja. Hat aber diese Person, die den Verzicht für sich entschieden hat, das Recht, uns zu verbieten, eine Speise weiter zu verzehren, wären wir zu Gast in einem Land, in dem eine Religion vorherrscht, die den Verzehr gewisser Speisen untersagt, müssen wir uns daran halten. Da unser Land keine Speisevorschriften vorsieht, oder nur in einem minimalen Maß, der nicht religiös begründet ist, hat uns in unserem Land weder jemand so etwas zu verbieten, noch uns wegen unserer Gewohnheiten zu verurteilen. Wer etwas nicht essen will, muss es ja nicht. Niemand sollte einem anderen seinen Willen aufdrängen. In den letzten Jahren kam immer wieder die Frage, ob der Islam, also die muslimische Religion, zu Deutschland gehören würde. Diese Frage muss jedoch differenziert betrachtet werden. Sind Muslime, die in Deutschland leben, hier arbeiten, ihre Steuern zahlen und ihre Religion privat und ihr Leben entsprechend unserer Gesetze leben, Teil dieses Landes? Die klare Antwort ist ja. Ist aber dadurch die muslimische Religion, der Islam, ein Teil von Deutschland? Ein Video zum Thema Steuern findest du oben unter dem i. Wie schon erwähnt, sind die Wurzeln unseres Landes im Christentum. Das Christentum hat sich vor etwas mehr als 2000 Jahren aus dem Judentum entwickelt. Christen haben sich, anders als die Juden, von vielen Urtraditionen losgesagt. Traditionen, die wir aber auch heute noch in der Bibel entnehmen können. Dennoch kann man sagen, dass ein Teil der jüdischen Werte auch Einzug in die Entwicklung der deutschen Kultur gefunden hat. Deshalb reden wir auch von jüdisch-christlich-abendländischen Werten. Muslime, die den islamischen Glauben leben, sind erst nach Deutschland gekommen, nachdem sich die Kultur in Deutschland entwickelt hat. Der Islam hatte demnach auf die kulturelle Entwicklung unseres Landes keinen Einfluss. Kann also eine solche Religion Teil unseres Landes sein? Jetzt wird krampfhaft versucht, anzuerkennen, dass der Islam zu Deutschland gehöre, weil viele Muslime in Deutschland leben. Schaut man sich jedoch die Mehrheit der in Deutschland lebenden Muslime an, so sieht man noch immer Unterschiede, die auf den ersten Blick erkennbar sind. Ist jemand integriert, also an unsere Gesellschaft angepasst, der sich weigert, auf offener Straße sein Gesicht zu zeigen oder sich vermummt? Ist jemand integriert, der die Gleichberechtigung der Geschlechter nicht anerkannt und selbst weiblichen Beamten im Polizeidienst nicht den zuständigen Respekt erweist? Ist jemand integriert, der geschlechtsbezogen seine Frau unterwirft durch das Tragen des Kopftuchs oder die Selbstbestimmung von Familienangehörigen nicht akzeptiert und Ehen arrangiert? Solange das nicht deplatzierte Bild durch Muslime in der deutschen Öffentlichkeit verschwunden ist, sprich, solange sich nicht vollständig an unsere Gegebenheiten angepasst wurde, kann der Islam nicht zu Deutschland gehören. Ein Recht auf eigene Gebetshäuser, also Moscheen, sollte auch an der sichtbaren öffentlichen Integration gekoppelt sein. Um mir eines klarzumachen, im Koran steht nichts davon, dass Frauen sich bedecken müssen, gleichgültig, ob es um die Vollverschleierung geht oder um das Kopftuch. Im Alten Testament der Bibel steht lediglich, dass sich Frauen beim Niederknien zum Gebet den Kopf bedecken sollen. Wenn also auf eine Verschleierung bestanden wird, wäre dieser nur beim Niederknien zum Gebet religiös geboten und legitim. Auf keinem Fall im Alltag. Es wird oft von Islamophobie geredet, wenn sich jemand islamkritisch äußert. Eine Phobie ist jedoch eine panische Angst. Eine solche wäre aber nachvollziehbar, wenn man sieht, dass im Namen des Islams, somit im Namen aller gläubigen Muslime, Terroranschläge verübt werden. Man kann sagen, um die Beruhigung in die Situation zu bringen, dass nicht jeder Muslim ein Terrorist ist. Nachweislich sind aber die meisten Terroristen Muslime und begehen ihren Anschlag im Namen des Islams. Ich kann verstehen, dass man es als unvererachtet, wenn wegen diesem Fakt eine ganze Religionsgemeinschaft in Misskredit gebracht wird. Man darf aber auch nicht außen vor lassen, dass sich die Vertreter dieser Religionsgemeinschaft niemals von solchen Taten distanziert haben. Dass die meisten Bürger eher zur schweigenden Mehrheit gehören, wundert nicht. Wenn aber deren Vertreter dieses akzeptieren und dem nicht widersprechen, ist diese Verallgemeinerung kein Wunder. Zudem kommt, dass sich viele Muslime lieber in ihrem eigenen, engen Kreis aufhalten und der Kontakt zur einheimischen Bevölkerung oft gemieden wird. Starke Familienbande sind gut und sollten auch für uns ein Vorbild sein. Leider wird immer wieder offengelegt, dass durch die Medien entsprechend berichtet wird, dass bei Familienstrukturen mit muslimischem Hintergrund nicht selten auch übermäßig kriminelle Machenschaften ans Licht kommen. Hier geht es um Clankriminalität. Zum Thema Familie wird es noch ein gesondertes Video geben. Wie soll bei der Berichterstattung und dem distanzierenden Verhalten ein positives Bild zur muslimischen Bevölkerung entstehen? Ist dieses positive Bild aber nicht eine Voraussetzung, um sagen zu können, dass der Islam zu Deutschland gehört? Nur in Deutschland zu wohnen reicht nicht, um dazu zu gehören. Man muss sich auch eingliedern. Zum Eingliedern gehört natürlich auch, wenn eine Organisation, die vorgibt, alle Muslime zu vertreten, Forderungen im Namen aller Muslime aufstellt, diese dabei in ein schlechtes Licht rücken, das sich zu Wort gemeldet und protestiert wird. Wenn man alle in Deutschland vertretenen Religionsgemeinschaften vergleicht, werden nur bei den Gläubigen des Islams ständig Forderungen aufgestellt, welche die traditionellen Werte der einheimischen Bevölkerung mit Füßen tritt. Wer als Nichtchrist in einem christlich orientierten Land leben will, muss akzeptieren, dass die religiösen Feiertage nicht der eigenen Kultur entsprechen. Wer sich durch das Ausüben der Kulturen und Gebräuche der einheimischen Bevölkerung beleidigt fühlt, sollte sich besser in einem Land niederlassen, in dem diese unangenehm empfundenen Gepflogenheiten nicht vorkommen. Jeder kann Gebete richten, an denen er glaubt. Jeder kann seine traditionellen und religiösen Werte leben, solange niemand, der andere Werte lebt, nicht beeinträchtigt wird. Wenn die eigene religiöse Überzeugung ein unüberwindbares Problem darstellt, sich den Gepflogenheiten in Deutschland anzupassen, muss man sich selbst gegenüber ehrlich genug sein und in ein Land migrieren, wo dieses Problem nicht existiert. Durch die Trennung von Staat und Religion ist das Grundgesetz und deutsche Gesetze in Deutschland für jeden bindend, unabhängig von dem, was in der Bibel, im Koran, in der Tora und welcher religiösen Niederschrift auch immer festgelegt ist. Schreibt eine Religion etwas vor, was durch deutsche Gesetze verboten ist, ist es in Deutschland verboten. Eine religiös orientierte Paralleljustiz gibt es nicht und darf es in Deutschland auch niemals geben. Aber wie seht ihr das? Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr es anders seht. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es mit euren Freunden und gebt mir einen Daumen nach oben. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram und Twitter folgen. Euer Jörg Wenn ihr schon dieses Video bis hierhin gesehen habt, dann sind die beiden Videos bestimmt auch etwas für euch. Nötigenfalls die Playlist, wo jede Menge andere Videos für euch zur Verfügung stehen. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren.